Musik Sie wissen vielleicht, das Kneipp basiert auf fünf Elementen und wir versuchen hier im Haus, im Kneipp Janum, diese fünf Elemente überall umzusetzen. So zum Beispiel bei den Zimmern, dort haben wir homöopathische Pflanzen als Bilder, wir haben Kräuterkissen, wir haben Teekanne, wir haben zurückgenommene Farben, damit man zur Balance in seinem Zimmer kommt. Den Flachbildschirm haben wir hinter Vorhängen versteckt und das Wasser ist in der Dusche oder als kleine Flasche im Zimmer. Die Musik wird Ihnen helfen, den Tag loszulassen, sich davon zu verabschieden, ihn zurückzugeben, dem, der Ihnen diesen Tag hat heute leben lassen, sodass Sie dann so unbeschwert in den Schlaf sich begeben können, Herr Nahr. Wir hören einen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020